Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe hier bei Shogi Banuki Daily, Deine Tagesdosis am Geberwissen. Heute, ein Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, mit mir, dem Christian und dem Mastermind of Shogi Banuki, dem Marc. Hallo zusammen! 23. Dezember, Marc, was hast du uns mitgemacht? Morgens Weihnachten, ja. Was war ein Tag vor Weihnachten? Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember 1943, hat die Silvia von Schweden Geburtstag. Königin? Ja, da wurde sie geboren, ne? Achso, richtig. Genau, und hat dann jeden Tag, jedes Jahr an diesem Tag Geburtstag natürlich. Richtig, richtig. Eigentlich heißt sie Silvia Renate Sommerlatt, ihr eigentlicher Name, ne? Und sie ist seit dem 19. Juni 1976 die Königin von Schweden und durch die Heirat mit Karl Gustav. Und den Gustav hat sie bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennengelernt. Ah, Sport verbindet. Jawohl, sie wurde in Heidelberg geboren übrigens. Ah, okay. Silvia von Schweden. Silvia von Schweden. 1913 ein paar Jahre zuvor, ja, fand die Neuordnung des Währungs- und Kreditwesens statt. Durch die, durch den Federal Reserve Act in den USA. Ja, machen wir mal so. Also das war 1913, Kohle, Kredite, fertig, Haken dran, läuft. Ja, fertig, Haken dran, läuft. Haken dran, läuft. Kommen wir mal zu was total anderem. Ja. Zum Fakt des Tages. Fakt des Tages, das Weltall ist nur eine Autostunde entfernt, wenn man direkt nach oben fährt. Das heißt, hättest du ein weltraumtaugliches Auto, wärst du direkt eine Stunde oben. Ja, das ist nicht weit. Das ist nicht weit, ne? Ja, Moment, Stopp. Autostunde in Deutschland ist ja, also in einer Stunde in Deutschland legst du ja mehr zurück als zum Beispiel in einer Autostunde in Belgien. Da musst du ja langsamer fahren. Da musst du langsamer fahren. Ja. Allerdings reden wir dann nur über die Horizontale. Wenn du ins Weltall willst, geht es ja um die Vertikale und da gibt es ja keine Geschwindigkeitsbesenzung. Von daher kannst du da ja eigentlich mit der gleichen Geschwindigkeit fahren wie in Deutschland, wenn du in Belgien bist. Ja, schon klar. Ja. Also eine Autostunde ins Weltall. Eine Autostunde entfernt, das ist nicht viel. Ne, das geht ruck, geht zu gehen. Das geht ruck, zuck. Brauchst du wahrscheinlich keine Vignette oder sonst irgendwas für? Ne. Ist auch nicht hier dieses, was wir da haben, dass sie scannt und so, die LKWs. So brauchst du alles nicht. Einfach Stunde hoch, bist du da. Kann man mal machen. Nehmen wir so mit. Finde ich gut. Ich auch. Marc. Ja. Christian, ne? War ja auch kurz und schmerzlos, ne? Für heute. 23. Und für morgen genauer. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Macht's gut. Tschö. Tschüss.